Salute Savages! Ich habe einen kleinen Aufruf zu starten und zwar suche ich hier für das Savage Camp eine weibliche Assistentin. Jetzt denkt sich der ein oder andere vielleicht, warum weiblich? Ja, ich habe hier schon einen männlichen Assistenten und mit dem arbeite ich hier jeden Tag mit 100% Manpower und Motivation hier im Savage Camp Gelände. Was uns aber hier ein bisschen fehlt, ist feminine Energie. Und deswegen suche ich jetzt offiziell eine weibliche Assistentin, die sich vorstellen kann, auch hier in Gambia zu leben. Die vielleicht einen Neustart hier wagen möchte, keinen Bock mehr hat auf Europa. Hier hast du jetzt die Gelegenheit im Savage Camp zu leben. Du bekommst dein eigenes Bungalow, hast dort deine Ruhe und hilfst mir einfach dabei, das Savage Camp richtig aufzubauen. Wir brauchen hier feminine Energie, Inspiration, Ideen. Das sind alles so Dinge, wo ich sage, das können Frauen sehr, sehr gut auch Dinge erkennen, wo man sagt, das kann man ein bisschen schicker machen oder schöner gestalten. Weil wir sind wirklich hier 100% maskuline Energie. Ich bin grundsätzlich sehr maskulin. Mein Assistent ist sehr maskulin und wir sehen das halt fast schon immer so wie Neandertaler. Wir sind einfach nur am Machen, am Schaffen, am Arbeiten und geben ganz viel Power. Da wäre natürlich feminine Inspiration sehr, sehr cool. Mit gambischen Mädels habe ich das hier schon versucht. Hier gibt es auch tolle Mädels, die das auch machen könnten, die auch meine Assistentin sein könnten. Aber ich finde, es ist ein Vorteil, wenn es eine Dame ist, die auch beide Welten dann kennt. Eine, die aus Europa kommt und dann auch weiß, was die Unterschiede sind und auch die Mission versteht. Es ist sehr, sehr schwierig, einer Gambianerin zu erklären, dass wir hier wirklich ganz simpel und bescheiden leben möchten. Eine Gambianerin möchte dann immer hier daraus so ein Luxusparadies machen. Weil sie selber schon ihr Leben lang im Dorf gelebt hat, möchte sie natürlich das Gegenteil. Deswegen ist es sehr, sehr hilfreich, wenn es eine Dame aus Europa ist. Ja, am besten schaust du dir alle meine Videos an oder die meisten Videos. Dann siehst du auch, wie ich so als Mensch bin. Ich bin grundsätzlich ein sehr, sehr direkter Mensch. Und wenn du Lust hast, wenn wir uns dann hier treffen und das alles passt und du dann auch entscheidest, hier zu bleiben und ich auch damit einverstanden bin, dann kannst du auch in den Videos mitmachen, wenn du möchtest. Wenn du nicht möchtest, ist es überhaupt auch gar kein Problem, wenn du eher schüchterner bist und eher im Hintergrund agieren möchtest. Auch gar kein Problem. Auf jeden Fall, dieser Aufruf ist ernst. Und wenn du hier bist, musst du dir übrigens auch keine Gedanken um Essen machen. Das übernehme ich 100%. Das ist so meine männliche Pflicht. So sehe ich das. Ich sehe das wirklich ganz altmodisch, dass wir Männer hier dafür zuständig sind, dass auch genügend Essen hier ist. Also da musst du dir gar keine Gedanken drum machen. Also, wenn du Bock hast darauf, hier im Savage Camp eine Assistentin zu sein, hier zu leben, gemeinsam dieses großartige Projekt aufzuziehen, dann melde dich einfach per E-Mail an projektsavagecampatgmail.com. Am besten kurz vorstellen, Foto rein, ein bisschen erklären, was du so machst im Leben und warum du dir das vorstellen kannst, hierher zu kommen. Und mich würde auch interessieren, was du so für Hobbys hast, was waren deine letzten Jobs. Da kann ich auch ein bisschen so mir vorstellen, was du einfach für ein Typ von Mensch bist. Ganz, ganz wichtige No-Gos, damit wir unsere Zeit einfach nicht verschwenden. Ich möchte deine Zeit nicht verschwenden und meine eigene Zeit auch nicht. Ganz, ganz wichtig, bitte sei keine Veganerin. Hier wird geschlachtet, hier wird Fleisch gegessen. Keine Veganerin, auf gar keinen Fall Veganerin und auf gar keinen Fall Feministin. Wir brauchen hier feminine Energie. Wir brauchen hier keine maskuline Energie von einer Frau. Wir haben hier schon original maskuline Energie hier und wir brauchen jetzt original feminine Energie. Heißt, eine Frau, die kein Problem hat, auch mal zu kochen, auch mal hier zu helfen, wenn wir Männer schuften. Ja, einfach unterstützend da zu sein. Das ist eigentlich die wirkliche Aufgabe einer Frau, laut Biologie. Wir Männer sind dafür zuständig, richtig zu schaffen hier. Wir schwitzen den ganzen Tag. Wir beschaffen das Essen und so weiter. Wir geben der Frau die Sicherheit. Also da musst du dir auch keine Gedanken machen. Du bist hier 100 Prozent, stehst du unter meinem Schutz. Und da würde ich einfach mich sehr, sehr freuen, wenn du dann auch eine Frau bist, die ihre feminine Rolle sehr gerne ausführt. Wo man auch nicht darüber diskutieren muss, wer jetzt kocht und so weiter. Wir brauchen hier wirklich eine Dame, eine Assistentin, die das sehr, sehr gerne macht. Ja, du brauchst nur ein Ticket hierher. Mehr brauchst du nicht. Alles andere übernehme ich. Ja, und wir bauen das Projekt gemeinsam erfolgreich auf. Du hast also wirklich eine super Chance hier von Anfang an dabei zu sein. Wir sind jetzt seit zehn Monaten schon hier. Haben schon einiges hier geschafft. Aber wir sind immer noch in der Anfangsphase. Das heißt, du kannst hier wirklich auch signifikant Einfluss nehmen auf das Projekt. Projekt, ja, wenn das für dich interessant klingt, wenn du Bock drauf hast, ja, wenn du motiviert bist und Bock hast, Power zu geben, wenn du das Projekt feierst, dann melde dich sehr gerne per E-Mail an projektsavagecamp at gmail.com, ja. Und wie gesagt, Bild rein, Beschreibung, was du so machst in deinem Leben, wie du so tickst, ja. Und wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, bitte keine Veganerin. Weil heutzutage ist irgendwie jede zweite Frau vegan oder so, gar kein Bock darauf. Ja, ansonsten sollte es passen. Ja, nach der E-Mail werden wir ein paar Mal telefonieren. Wenn es menschlich passt, dann kommst du hier mal vorbei für ein, zwei Wochen, machst Urlaub hier in Gambia. Und wenn es danach immer noch passt, dann bist du offiziell die Assistentin hier im Projekt Savagecamp. Also, ich bin sehr, sehr gespannt, was für Bewerbungen reinkommen. Ich lasse das Ganze zwei Wochen laufen, extra begrenzt. Weil ich denke, wer wirklich Bock drauf hat, wird sich auch sehr, sehr schnell melden. Denn kann ja auch sein, dass du selber jetzt kein Interesse hast, aber vielleicht hast du eine Freundin, die Bock drauf hätte auf sowas, auf so ein Abenteuer hier in Gambia. Dann kannst du das Video sehr, sehr gerne weiterleiten an Freundinnen, die sich das vorstellen können, hier im Savagecamp diese wichtige Rolle zu erfüllen. Also, ich bin sehr, sehr gespannt, was für Bewerbungen reinkommen. Und ja, wir schauen einfach mal, was passiert, ja. Ich bin sehr gespannt. Salud! Also, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt.